Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Beauty Love The Natural Box ist so eben bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich finde es immer total aufregend, es ist jetzt das zweite Mal, dass die Box hier bei mir eintrifft, denn es ist auch die zweite Edition, die es überhaupt von dieser Box gibt. Die erscheint alle zwei Monate, wird mir kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal und ich darf auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alle Teilnahmebedingungen dazu stehen unten in der Infobox, schaut ihr gerne einfach mal vorbei. Ich finde die so aufregend, weil sie nicht nur ganz special aussieht, sondern weil sie auch ganz anders riecht. Das ist nämlich aus Graspapier hergestellt, also die Box an sich. Somit ist das schon mal von außen direkt natürlich. Das hier ist eine Box, die halt sich so auf Green Beauty fixiert. Also so naturnah und da sind auch Produkte drin, die wirklich Clean Beauty sind. Da sind vegane Produkte drin, da sind tierversuchsfreie Produkte drin. Also da hat man wirklich aus allen möglichen Bereichen Produkte, um sich verantwortungsbewusst zu fühlen. Ich weiß nicht. Zusätzlich spenden die auch noch 50 Cent pro Box an TREEDEM. Das ist so eine Organisation in Madagaskar, die die Bauern schult, damit die nachhaltige Landwirtschaft machen können, was ich richtig cool finde. Und ja, die ist einfach von vorne bis hinten echt grün. Auch das Seidenpapier ist grün. Das ist großartig. Auch der Klebe ist grün. Das ist alles grün. Oh Mann, ey. Und ja, ich mache sie einfach mal auf. Ach nee, ich rieche erst mal dran. Warte. Es kommt ein angenehmer, etwas frischerer Duft raus. Es tut mir immer in der Seele weh, wenn ich dieses Seidenpapier zerreiße. Tut mir echt leid, ne? Hier haben wir dann auch den ersten Blick in die Box. Und selbst das Kröwelpapier, was hier drin ist, ist, glaube ich, sogar recycelt. Das ist echt Wahnsinn. Ja, wir haben hier sechs bis acht Beauty-Produkte drin. Ähm, die Box erscheint alle zwei Monate. Ne? Da kann man sich da ein bisschen länger drauf freuen. Und je nachdem, was für eine Abo-Form man wählt, zahlt man zwischen 31,95 und ich glaube 39,95. Es gibt aber auch einen Code, den ihr verwenden könnt, wenn ihr möchtet. Green Cloudy. Damit sparst du zehn Euro auf deine erste Box. Green Cloudy, ja. Entschuldigung, ich habe das A unterschlagen. So, wir haben als allererstes hier das Booklet. Das ist jetzt die Powerful Rainforest Edition. Das ist cool. Also, das ist hier auch schon richtig schön. Pappe, ne? Ähm, wahrscheinlich auch recycelte Pappe. Hallo, Beauty-Lover. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserer zweiten Edition von The Natural Box. Diesmal gibt es für euch alles zum Thema Powerful Rainforest. Wahrscheinlich auch irgendwie sowas Kühlendes oder so, denn es ist super heiß, Leute. Tief im Dschungel des Amazonas verstecken sich Inhaltsstoffe, die unsere strahlende Schönheit zum Leben erwecken und uns jugendliches Aussehen samtweiche Haut und irisierende Leuchtkraft von innen verleihen. Dieses Geheimnis möchten wir natürlich nicht für uns behalten, sondern dieses Wissen mit euch teilen. Das ist freundlich. Die Produkte in dieser Box nehmen dich mit auf eine Reise in die Tiefen des Urwalds und werden dich so richtig verwöhnen. Vielleicht kennst du die ein oder andere Marke noch gar nicht. Deswegen möchten wir dir in unserem digitalen Booklet etwas mehr über die Brands und die Anwendung der einzelnen Produkte erzählen. Tauche mit uns ein in das satte Grün des Regenwalds und entdecke deine innere Kraft. Alles Liebe, Annabelle vom Team Beauty-Love. Mega cool. Und hier hat man diesen QR-Code. Da kannst du dann einfach mit deinem Handy mit der Kamera drüber gehen und dann erscheint automatisch die Homepage. Das habe ich gerade schon mal gemacht. Da kommt halt wirklich zu allen Produkten auch so ein kleiner YouTube-Clip oder so ein kleiner, nicht YouTube-Clip, wir sind hier bei YouTube, aber so ein kleiner Clip, dass man da auch die Anwendung zu bekommt. Dann sind da auch die Informationen bei, was für grüne Aspekte, sage ich mal, das entsprechende Produkt erfüllt. Ob es silikonfrei, parabenfrei und so weiter, tierversuchsfrei ist. Aber ich will jetzt einfach mal die Produkte an sich angucken. Da habe ich hier als erstes von Anna Evangelista Pure Copa Ibar Care Food Treatment, eine Fußmaske. Richtig cool. Fußmasken können wir doch aktuell sehr, sehr gut gebrauchen. Ich laufe ständig barfuß durch die Gegend, dementsprechend sehen meine Füße auch aus, wie sie aussehen. Wir haben hier erstmal so einen Spatel und einen Piekser mit dabei. Hilfe. Ah, und das hier ist dann die Fußmaske hier drin. Ich weiß nicht, werde ich die heute Abend verwenden? Wir haben sie jetzt 21.11 Uhr, das ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Die zieht man sich über die, das sind so Pflegesocken. Oh, die hast du, oh. Das riecht mega angenehm. Und die lässt du 5 bis 15 Minuten nur einwirken. Ja, das ist ja cool. Und dann könntest du theoretisch deine Fußpflege machen. Wahrscheinlich mit dem Spatel. Das ist eine Pfeile. Ach, wie witzig. Und das andere ist so ein Horn, ach, nicht Hornhauthochschieber, nein, so ein Nagelhauthochschieber. Richtig cool. Doch, die werde ich mal verwenden. Aber jetzt nicht, weil ich habe jetzt gerade echt dreckige Füße. Ich bin eben draußen barfuß rumgelaufen. Und finde ich cool. Doch, die werde ich entweder jetzt heute Abend bei 5 bis 15 Minuten, das ist doch mega schnell, ne? Kann man eben danach ein Duschen drauf machen. So, die ist vegan, tierversuchsfrei. Dann ist die ohne Parabene und ohne Silikone. Ja, das ist doch nett. Ach, man hätte theoretisch auch alternativ noch eine Handmaske mit drin haben können. Ich persönlich finde Fußmasken aber besser. Der fühlt sich so schön an. Und meine Lippen saugen gerade alles, was da an Pflegestoffen drin ist, einfach auf. Oh, das ist eine schöne Farbe, oder? Ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen zu weit nach außen aufgetragen, sodass meine Lippen echt riesig aussehen. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich jetzt nicht irgendwie sonst was drauf habe, außer Mascara. Aber der ist schon mal klasse. Der ist genehmigt. Oh, der fühlt sich auch super samtig auf den Lippen an. Sehr, 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 sehr schön. Wow, der soll 38 Euro kosten? Das ist krass. Okay, der ist vegan. Zertifizierte Naturkosmetik dann ja wahrscheinlich auch, ne? Cruelty-free. Paraben und Silikon-frei. Natürlich. Schön. Ja, der ist auch natürlich schön. Der fühlt sich super angenehm an. Ach, guck mal. Rizinuss-Samenöl ist da auch noch mit bei. Ja, schön. Also mir gefällt der richtig gut. Die Farbe gefällt mir. Das Hautgefühl gefällt mir, so wie er sich jetzt auch auf den Lippen anfühlt. Mir gefällt auch, dass hier ein dekoratives Kosmetikprodukt drin ist. Das ist nicht selbstverständlich, denn ich hätte bei der Beauty Love The Natural Box eher erwartet, dass man halt hauptsächlich oder vor allem oder eigentlich nur Pflege drin hat. Also dekorative Kosmetik ist auch am Start. Finde ich klasse. Und jetzt gucken wir das nächste an, was echt groß ist. Be You Rising Star Enzymatic Whitening. Das ist bestimmt eine Zahnpasta, Leute. All in one toothpaste, ja. Und was eine riesen Zahnpasta ist das bitte. 90 Milliliter. Ihr wisst, mein Verhältnis zu Zahnpasten in Beauty Boxen ist tatsächlich sehr verhalten. Wir sind nicht die besten Freunde. Aber das hier sieht ehrlich gesagt auch einfach mal ansprechend aus. Ja, das ist tatsächlich meine Zahnpasta, wo ich sage, finde ich ganz cool, dass die irgendwie mit drin ist, weil das irgendwie was Neues ist. Kommt aus der Schweiz. Das riecht jetzt von außen nicht unbedingt mega nach Zahnpasta. Das ist eine Whitening Zahnpasta. Das ist matt von außen und so gelb. Das finde ich schon wieder cool. Ich weiß nicht warum. Ist halt noch zu klar. Riecht von innen nach Zahnpasta. Ja, also die finde ich dann doch schon irgendwie cool. Auch wenn ich finde, dass eine Zahnpasta in einer Beauty Box nicht unbedingt was zu suchen hat, Leute. Wow. Also die kostet 13,90 Euro normalerweise. Leute, du hast ja einfach hier so hochpreisig Produkte drin, dass sich die Box echt sowas von tierisch krass lohnt immer. Auch die Paraben und Silikon frei und cruelty free. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dann hast du noch einen 20% Rabattcode mit in dieser QR-Code App mit dabei. Also von daher kommt. Es ist eine Zahnpasta, die wird die Zähne aufhellen. Das ist dann ja auch irgendwie wieder ein Beauty Aspekt. So, was haben wir denn als nächstes? 8-Hour Detox. K-H-I-Oil. Eine Haarmaske. Sehr schön. Eine Öl-Haarmaske. Ultra-absorbing combination of nutrient-rich, luxurious organic oils. Transforming texture, restoring luster and elasticity. Naturally fragrant essential oils. Shake before use. Und dann druff damit. Und dann über Nacht drauf lassen und dann morgens rauswaschen. Ja, interessant. Super flüssig. Ich meine, solche Ölkuren sind ja auch wirklich super fliegend. Und jetzt bei dem sonnengeschädigten Gedöns, also meine Haare sind extrem sonnengeschädigt. Die sind wirklich sehr, sehr trocken und strohig, wie man vielleicht so sieht. Die werden dann halt auch immer super hell bei mir. Ja, also auch das ist wieder zertifiziert. Das ist vegan, cruelty free, Paraben und Silikon frei. Finde ich klasse. Doch, also das ist mal eine ganz interessante Kiste, einfach mal um es auszuprobieren. Finde ich für den Sommer echt perfekt. Also da hatten wir jetzt schon vier richtig coole Produkte. Und jetzt geht die wilde Reise noch weiter. Also wir haben hier echt viel drin. Von Obrey Aloe Vera Gel. Mehr als 98% reiner Blattsaft. Da muss ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Denn ich habe letztens, nein, gestern, meiner Kollegin, die sich den Rücken verbrannt hat, einfach ein Stück von meiner Aloe Vera abgeschnitten und mir zur Arbeit gebracht. Ne? Und das ist tatsächlich genau so. Und das ist 98% reiner Blattsaft, was echt klasse ist. Weil wenn man das von einer normalen Aloe Vera nimmt, hast du natürlich auch diese Stückchen und so ein Kram mit dabei. Und das ist halt perfekt. Gegen Sonnenbrand, gegen alles Mögliche kannst du Aloe Vera verwenden. Das ist so ein Allheilmittel. Das ist so, so cool. Also deswegen finde ich das herrlich. Du kannst es auch hier für die Haarpflege, steht hier Kopfhaut und Haarpflege, nach Bedarf auf das Handtuch trockene Haar auftragen und sanft in die Kopfhaut und Haare einmassieren. Dann wie gewohnt frisieren. Also das finde ich auch super, super interessant. Also vielleicht, wenn du so ein bisschen schuppige Kopfhaut hast oder irritierte Kopfhaut. Mega. Also das gefällt mir echt gut. Cruelty-free, vegan ist das Ganze. Echt toll. Ne? Mega. Feierlich, wirklich. Also das ist absolutes Top-Produkt. Kriegst nichts durch. Ist auch noch zu. Aber ich freue mich mega drüber. Das ist echt gut. Danke. So, was haben wir hier? I want you naked. Naked Oil. Virgin Coconut and Tangerine Body Oil. Ja, das ist ein Kokosöl. Ich mag nicht so gerne Kokos. Kokosduft ist nicht so meine Welt, ne? Aber I want you naked. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Marke. Pflegendes Massage- und Körperöl mit Bio-Kokosnussöl, rein pflanzlichen Inhalten, rein natürlichen Inhaltsstoffen, ganz ohne synthetische Zusätze, mit feinem Kokos-Zitrus-Duft, ist tatsächlich genau der Duft, den ich nicht mag. Zitrusche Düfte mag ich nicht, Kokosduft mag ich nicht. Es ist natürlich ohne irgendwelche synthetischen Inhaltsstoffe. Es ist handgemacht, keine Tierversuchsfreiheit, keine Tierversuche. Das ist schon alles sehr, sehr charmant, ne? Aber wie gesagt, duftmäßig ist das echt nicht meine Welt. Leider nicht. Also du riechst hier nicht so viel raus, ne? Aber ich denke, wenn ich das auf die Haut geben würde, also das ist jetzt nicht ein Produkt, was bei mir bleiben wird, das werde ich weitergeben. Aber du kannst bei den Beauty-Boxen auch nicht immer alles mögen, finde ich, ne? Also dafür vertraue ich einfach den Menschen, die die Boxen packen, dass die eine gute Auswahl hineinpacken und die Produkte halt in die Boxen geben, die den meisten Menschen gefallen werden. Also ich weiß, unheimlich viele mögen Kokos-Duft, unheimlich viele mögen gerade jetzt im Sommer Zitrus-Duft, ne? Ich bin halt auch irgendwo ein Individuum. Genau. Dann haben wir hier das nächste Produkt und zwar ein Grape Peeling von Tian De. Tian De. Different Reality. Okay. Spa Technology Pure Beauty. Das ist ein Peeling. Das finde ich schön. Und Grape ist ja Trauben, ne? Cool. Weintrauben. Ich mag erstmal die Farbe. Das ist voll mein Ding. Ich stehe auf rosa-pink und so. Hier kommt es raus. Huch. Ja, und das riecht wirklich angenehm nach Traube. Hornzellschicht wird beseitigt. Obere Epidermischschicht wird ausgeglichen und erneuert. Nein, das ist für das Gesicht tatsächlich. Das ist nicht für den Körper, das ist fürs Gesicht. Cool. Ja, und dann lässt du es ein bis, also ein bis zwei Minuten einmassieren, dann lässt du es halt, ne? Und dann runterwaschen und dann hast du ein 1A-Gesicht. Bin ich gespannt drauf. Doch, das muss ich dann auf jeden Fall austesten. Da werdet ihr im Aufgebrauch-Video von mir dann auch mehr zu hören. Vegan, ohne Silikon und ohne Parabene. Steht hier in meinem Booklet. Mega. Das finde ich toll. Mensch, da sind wir aber schon bei ganz schön vielen Produkten, ne? Also 6 bis 8 war ja die Ansage. Da sind wir ganz gut unterwegs jetzt auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich das, wo ich dachte, dass es das wäre. Tiande, ein Seaweed Body Soul Scrub. Das ist ein Salzpeeling und das ist jetzt für den Körper. Ähm, und das ist halt von der gleichen Firma, ne? Da. Finde ich klasse. Und, äh, wow. Das ist nur zwei Monate nach Öffnen haltbar, aber ganz ehrlich, wenn du sowas aufmachst, dann verwendest du es ja auch direkt. Ähm, mit Meeresalgen ist es ein Körpersalz und ich merke, dass hier auch tatsächlich noch eine Flüssigkeit mit drin ist. Das liebe ich ja, ne? Also ich kann das, ich mag das einfach nicht so gerne vom Vielfühlgefühl, dass wenn ich das trockene Kram auf den Fingern habe und dann auf die Haut reibe. Ich habe dann gerne noch was mit dabei. Meersalz besitzt eine regenerierende und stimulierende Wirkung auf die Haut, aktiviert Stoffwechselprozesse, versorgt die Haut mit Mikro- sowie Makro-Elementen und verbessert ihre Elastizität. Der Meeresalgen-Extrakt ist eine reiche Quelle an Mineralstoffen, die die Elastizität der Haut erhöhen, den Blutkreislauf stimulieren, Feuchtigkeit spenden und die Haut straffen. Schön. Oh, du kannst es sogar als Badezusatzalternativ verwenden. Also entweder so als Körperpeeling so direkt auftragen oder in die Badewanne. Wir haben jetzt keine Badewanne, das ist aber nicht schlimm. Hainantau. Das sagt mir echt nichts. Das scheint auch irgendwie so was Asiatisches zu sein, denn wir haben hier so asiatische Schriftzeichen vorne mit drauf. Finde ich echt klasse. Ja, hallo aus dem Schnitt. Da ist mir doch direkt aufgefallen, als ich die Summen gezogen habe, dass ein Produkt fehlt. Ja, ich habe mir dann nochmal die Box zur Hand genommen und das ganze Krüppelpapier durchgesucht und tadaaa, da habe ich sie gefunden. Das ist eine Augencreme von Green, würde ich mal so sagen, weil GRN ist einfach nur hier die Bezeichnung. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die ist glättend, also eine Firming Care Geschichte. Die ist mit Mandel und Olive und ja, die soll halt wirklich sehr, sehr reichhaltig sein, auch gute reichhaltige Elemente beinhalten und soll die Augen entsprechend straffen, die Augenpartie pflegen und ist mit Mandel, Olive und Hyaluronsäure. Und die habe ich euch doch fast vergessen zu zeigen. Mensch, Mensch, Mensch. Manchmal muss man nochmal etwas intensiver sich durch das Krüppelpapier wühlen. Hier sehen wir dann auch nochmal das Digital Leaflet. Das Produkt hat nämlich unfassbar gute Inhaltsstoffe. Das ist zertifizierte Naturkosmetik. Das ist vegan. Das ist tierversuchsfrei. Es ist natürlich. Es ist Paraben und Silikon frei. Also Wahnsinn. Da hätte ich euch fast vergessen, dieses wundervolle Produkt zu zeigen. Ich schäme mich. Die Creme hat hier so einen dünnen Herausdrücker und ja, bin sehr gespannt, wie die dann auch auf dem Auge sich verhält. Also das war jetzt eine schöne Box. Du wirst hier von Kopf bis Fuß im wahrsten Sinne des Wortes mega gut gepflegt. Also es fängt bei den Haaren an, geht übers Gesicht, über den Körper und endet wirklich bei den Füßen. Und du hast dekorative Kosmetik mit dabei, diesen Lippenstift, wo ich die Farbe so schön finde. Also ne, richtig gute Box. Hat mir irre Spaß gemacht. Ja, und ich werde das alles verwenden, bis auf das Kokos-Zitrus-Ding. Und ja, wie gesagt, an den Code denken, an die Verlosung denken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlege dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.